Liebe Zuschauer, die Landgüter der römischen Adeligen wurden von einer großen Anzahl von Sklaven bewirtschaftet. Aber nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Stadt arbeiteten in begüterten Häusern zahlreiche Sklaven. Davus servus est. Davus ist ein Sklave. In Prädiis Romanorum servisunt. Auf den Landgütern der Römer sind Sklaven oder gibt es Sklaven. Wir sehen uns die einzelnen Vokabeln an. Davus, Davi, ist ein Eigenname. Servus, Servi, der Sklave. Est, er, sie, es, ist. Davus ist ein Sklave. Prädium, Prädii, das Landgut. Romanus, Romani, der Römer. Auf den Landgütern der Römer sind Sklaven. Die Formen des Indikativpräsensaktiv und des Konjunktivpräsensaktiv, das haben wir in den beiden vorigen Sendungen gesehen, werden jeweils mit den gleichen Endungen gebildet. Hier nun noch einmal eine Übersicht über diese Endungen. Erste Person Singular, O, beziehungsweise M. Zweite Person Singular, S. Dritte Person Singular, T. Erste Person Plural, Mus. Zweite Person Plural, Tis. Dritte Person Plural, N, T. Das Hilfszeitwort Esse, Sein, bildet die Formen des Indikativpräsensaktiv ebenfalls nach diesem Schema. Zum, ich bin, es, du bist, es, er ist, so muss, wir sind, estes, ihr seid, sunt, sie sind. Wir merken uns, summ, es, est, summus, estis, sunt. Die Formen werden teils vom Stamm S, summ, summus, sunt, teils vom Stamm ES, gebildet. Es, est, estis. Der Konjunktivpräsensaktiv von Esse hat zwischen Stamm und Endung das Moduszeichen I. Die Endungen sind wiederum die gleichen. Sim, ich sei, ich möge sein. Sieß, du seiest, du mögest sein. Sitt, er, sie, es sei, er, sie, es möge sein. Sie muss, wir seien, wir mögen sein. Sittis, ihr seiet, ihr möget sein. Sind, sie seien, sie mögen sein. Wir merken uns, sim, sieß, sitt, simus, sitis, sind. Davus servus est. Davus ist ein Sklave. Er wurde, wie viele seiner Leidensgenossen, als Beute aus den zahlreichen Kriegen der Römer mitgeschleppt. Besonders hart war das Los der Ackersklaven, die schwerste Feldarbeit verrichten mussten. Um 100 vor Christus kam es dann auch zu schweren Sklavenaufständen im ganzen Mittelmeerraum. Die Sklaven in der Stadt hatten es besser. Sie konnten sich durch besondere Kenntnisse und Fertigkeiten das Leben leichter machen. Ihr Wert stieg mit ihrem Verwendungszweck, aber errichtete sich auch nach dem Alter und der Gesundheit. Die Sklaven in Rom wurden wie jede andere Ware gehandelt. Ein Kochsklave zum Beispiel konnte in der Kaiserzeit einen Millionenwert haben. Andererseits hat zum Beispiel Cato empfohlen, einen alten und kranken Sklaven zu verkaufen, der ja nur ein nutzloser Esser sei. Immerhin waren die Sklaven an ihrer Kleidung nicht zu erkennen. In Rom hatte man da keine besonderen Vorschriften. Unter dem Einfluss der stoischen Philosophie begann man die Sklavenfrage unter humanitären Gesichtspunkten zu überdenken. So hat Seneca in Brief 47 den Sklaven als Freund bzw. als Mitsklaven unter der Allmacht des Schicksals bezeichnet. Cicero hatte mit seinem einzigen Schreibsklaven und späteren freigelassenen Tiro eine lebenslange Freundschaft geschlossen. Hier noch zwei Sätze zum Thema Sklaven nach Seneca, Brief 47. Fortuna Servis Ministeria Ad Signat Das Verbum heißt Ad Signat, er, sie, es, weist zu. Wer weist zu? Fortuna, das Schicksal. Wen oder was weist das Schicksal zu? Ministeria, Dienstleistungen, Aufgaben, Ämter. Wem weist das Schicksal Aufgaben zu? Servis, den Sklaven. Der Satz lautet Das Schicksal weist den Sklaven ihre Aufgaben zu. Servus ad movio mensae Ad movio Ich bewege heran, ich hole Von ad movere, heranbewegen Das Subjekt, ich, ist bereits im Verbum enthalten. Wen oder was hole ich? Servus, die Sklaven Akkusativ Plural von Servus Wohin hole ich die Sklaven? Mensae, an den Tisch Mensae ist ein Dativ-Singular, der hier nach ad movio stehen muss. Also, ich hole die Sklaven an den Tisch. Mensae, der Tisch, war unser Beispiel für die A-Deklination. Substantive auf A, Ä sind gewöhnlich Femininat. Dominus, domini, der Herr und ager, agri gehören zur O-Deklination. Die Substantive auf Us, I und E-R, I sind gewöhnlich maskuliner. Auch Pratum, Prati, die Wiese, gehört zur O-Deklination. Substantive auf Um, I sind in der Regel neutra. Wie fast alle Regeln hat auch diese ihre Ausnahmen. Die Namen von Orten, Inseln und Ländern auf Us sind femininer. Zum Beispiel Rodus, Rodi, die Insel Rodos. Es gibt bei der A- und der O-Deklination noch etliche Besonderheiten. Wir wollen Ihnen einige davon jetzt aufzählen. Eine genauere Aufstellung finden Sie im Begleitmaterial. Wie im Deutschen, bei Eltern, Leute, Kosten, so gibt es auch im Lateinischen Substantive, die nur im Plural vorkommen. Wir kennen bereits Liberi, Liberorum, Maskulinum, die Kinder. Der Singular, das Kind, wird im Lateinischen entweder mit Puer, Pueri, Maskulinum, der Knabe, oder mit Puella, Puelle, Femininum, das Mädchen, genauer bezeichnet. Und noch einige Beispiele für Pluralwörter der A-Deklination. Ferie, Feriarum, Femininum, Ferien, Feiertage. Reliquie, Reliquiarum, Femininum, Überrest, Überbleibsel. Von den Pluralwörtern, die neutra sind, ist das geläufigste Arma, Armorum, Neutrum, die Waffen. Es gibt auch solche Substantive, die im Singular und im Plural verschiedene Bedeutungen haben. Dazu gehören Fortuna, Fortunae, Femininum, Schicksal, Glück. Fortunae, Fortunarum, Femininum, Glücksgüter, Vermögen. Auxilium, Auxilii, Neutrum, Hilfe. Auxilia, Auxiliorum, Neutrum, Hilfstruppen. Castrum, Castri, Neutrum, Castell. Castra, Castrorum, Neutrum, Lager. In diesem Zusammenhang wollen wir noch eine Ausnahme erwähnen, und zwar Locus, Locci, Maskulinum, der Ort, bildet einen doppelten Plural mit verschiedenen Bedeutungen. Locca, Locorum, Neutrum, Orte, Plätze, Gelände. Locci, Locorum, Maskulinum, Stellen in Büchern. Bei der Übersetzung lateinischer Sätze ins Deutsche haben wir immer mit dem Prädikat begonnen. Das Prädikat kann in verschiedener Form auftreten. In unserem Beispielsatz, Rusticus Arad, der Bauer pflügt, ist die Satzaussage im Verbum enthalten. Anders ist es in folgendem Satz. Davus servus est. Davus ist ein Sklave. Hier tritt zu dem Hilfszeitwort est noch das Nomen servus. Dieses Nomen, das ein Prädikat ergänzt, heißt Prädikatsnomen. Es kann ein Substantiv, wie hier servus, oder auch ein Adjektiv sein. Das gilt auch im Deutschen, wie folgende Beispiele zeigen. Er arbeitet. Das Verbum ist das Prädikat. Er ist Schreiner. Hier wird das Prädikat aus dem Hilfsverb ist und dem Prädikatsnomen schreiner gebildet. Er ist gesund. Das Prädikat besteht aus dem Hilfsverb ist und dem Adjektiv gesund. Servi venjunt ad vilam. Das Prädikat lautet venjunt, sie kommen. Die Satzaussage ist hier bereits im Verbum enthalten. Wer oder was kommt? Servi, die Sklaven. Wohin kommen die Sklaven? Ad vilam, zum Landhaus. Also, die Sklaven kommen zum Landhaus. Dominus imperat ut vilicus familiae vestimenta det. Hier sind zwei Sätze zu einer Periode verbunden, die aus einem Hauptsatz und einem Nebensatz besteht. Der Nebensatz ist an einer Konjunktion oder an einer Nebensatzeinleitung zu erkennen. Hier heißt die Konjunktion ut, das, damit, die im Lateinischen immer den Konjunktiv nach sich zieht. Die Übersetzung lateinischer Perioden beginnt man mit dem Hauptsatz, so wie wir bisher jeden Satz übersetzt haben. Auch den Nebensatz kann man zunächst in der gleichen Weise übersetzen, muss dann aber die Konjunktion mit einbeziehen. Der Hauptsatz heißt Dominus imperat. Imperat, er, sie, es, befiehlt. Wer befiehlt? Dominus, der Herr. Also, der Herr befiehlt. Der Nebensatz heißt ut vilicus familiae vestimenta det. Det ist das Prädikat. Er, sie, es, gebe. Es steht im Konjunktiv, der in den Nebensätzen, die mit ut, das damit eingeleitet sind, im Deutschen mit Indikativ wiedergegeben werden kann. Also, er, sie, es, gibt. Wer gibt? Vilicus, der Verwalter. Wen oder was gibt der Verwalter? Vestimenta, Kleider. Wem gibt der Verwalter Kleider? Familiae, dem Gesinde. Der Verwalter gibt dem Gesinde Kleider. Nun müssen wir nur noch die Konjunktion ut, das hinzunehmen und die vollständige Übersetzung lautet Der Herr befiehlt, dass der Verwalter dem Gesinde Kleider gibt. Und damit verabschieden wir uns für heute. Auf Wiedersehen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017